Hallo und damit herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Hier heute auf diesem Kanal, sofort und gleich in der Garde Hode, zeigen wir euch mal den neuen Daily Show vom 9.3.2019. So, und jetzt sind wir auch schon am Start. Wir gehen in den heutigen Eintritt und holen uns jetzt erstmal Skins. Ich würde sagen, wir sind dann so, okay, ja, schon. Fangen wir mal mit dem Hypno, den haben wir gestern schon gehört. Was gibst du denn? Hatten wir doch schon gestern gemacht, aber wir können ja mal gucken, wie die Noten jetzt inzwischen aussehen. Ja, guck mal beim Hypno. 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 Mesmer heißt der hier. 4,11 von 5 bei 18 Votes. Das ist schon nicht schlecht. Ja, kommen wir zum nächsten Eintritt und der Sonnenvogel. Der Sonnenvogel. Haben wir auch ein bisschen schon bewertet, Leute. Sunbird. Sunburn. Sind wir bei 3,56 von 5 bei 18 Votes. X-Tag. X-Tag. Ist da noch irgendwas Neues da? X-Tag. Zwei weiter. Genau. X-Tag. Oh, die ist gar nicht gut angekommen. 2,6. 3,6. 3,5 bei 8 Votes. Die ist überhaupt nicht gut angekommen. Dann haben wir noch den Sonderausgaben. Da wird ich spannend. Das ist bestimmt gut angekommen. Oh, auch nur 3,27, okay. Bei 11 Votes. Jo, Leute, dann kommen wir zum heutigen ersten Item, das wir bewerten. Und zwar Shogun. 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 Nein, Shogun. Okay. Was gibst du denn dem Shogun? Ich gebe dem Shogun 6 von 10. Ich gebe dem 7 von 10. Gucken wir mal bei dem. Ich gebe in letzter Zeit echt mehr als du, ne? Teilweise. Normalerweise kann das ja gar nicht sein, eigentlich. Ja, ich bin auch ein klein wenig überrascht, irgendwie. Na, wo ist der Shogun? Da ist er. Wiederauf waren der schon im Schock. 4,1, 6 von 5 bei 44 Votes. 101 Reminders. Holy shit. Bisschen gut. Sehr gut. Dann kommen wir zum... Oh, oh mein Gott. So mal bitte an Shogun. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Der Kling ist ja. 10 von 10. Mega geil. Ja, ist geil. Die Pickel ist echt geil. Das sehe ich genauso. Hau da mal drauf mit dem Werkzeug. Naja, der Klang ist jetzt nicht so toll. Der 9 von 10 von mir. 4 von 5, ja. Von mir 9 von 10 ist nur noch. Kabuto. Kabuto, ist geil. Wie viel gibt's dir in Kabuto? 9 von 10. 9 von 10. Hm. Was gibt's denn du denn? 9 von 10. Auch 9 von 10, okay. 3,85 bei 5 von 13 Votes. Alles klar. Gut. 4 mal was jetzt zum Drop. So wie, ja, ja. Dann kommen wir zum Aschetype. So, weißt du noch, wie das Ding damals... Ah, ich weiß, der Twitch Prime-Scan. Ja, der Twitch Prime-Scan geleakt. What the fuck. Okay, ja, was gibt's denn? Äh, Aschetype. Ähm, ich... Weiß nicht, ich finde ihn jetzt nicht so prickelnd. Ich schwanke zwischen 4 und 5 von 10. Also ich glaub, ich geb dem... 4 von 10. Ich geb ihm 4 von 10. So, da kommen wir zum... Votes. 3,795 bei 52 Votes. Hier sind wir im Weihnachten... Da kommen wir zum Gesichtspiel. Ja, die Petsicle, also... Petsicle, ja, ich guckst du nicht alle Spiele mal auf Englisch mal? Ach, Deutsch. Ja, trotzdem. Ich sag's jetzt auch mal auf Englisch, so Petsicle, weil es mir gerade einfällt. Das Ding, das hat sich bei mir richtig ins Hirn gebrannt. Ich find die Idee halt krass, ne? Einen Baseballschläger nehmen, da oben eine Sichel rein. Das ist keine Machete, das ist eine Sichel. Und dann festgeschraubt. Also stell dir mal vor, da kommt einer mit so einem Teil auf dich zu, ey. Wie gibt's da? Ich geb der Petsicle... Ja, ich weiß nicht. Ich schwanke da immer. Ich geb da 6 von 10. Manchmal geb ich dir ein bisschen mehr, manchmal geb ich dir ein bisschen weniger. Ich geb den 4 von 10. Je nachdem. Dann kommen wir 3,1, 3,21 von 5 bei 39 Votes. 28 Mal schon drin gewesen. Und 2017 würde ich sagen. Das ist Wahnsinn, ey. 2017 würde ich sagen. Und dann kommen wir zum Grill... Das verstehe ich halt gar nicht. Den Grillgeneral, oder den Grill Sergeant, sorry, aber, äh, was hat das Ding da drin zu suchen? Ja, also... Wie viel gibst du denn? Ich find den Kacke, der kriegt von mir 3 von 10, ja. Und du willst mich veräppelt 3 von 10? Ich krieg 3 von 10, ja. Für den Kacke, der kann ich 3 von 10. Ja, 3 von 10, 3 von 10 ist Kacke, sorry, aber... Der kriegt von mir 1 von 10. 3,88 von 5 bei 32 Votes. Ja, genau. Wurde 2018 released. Dann kommen wir zum... Nee, diese Schrottdüse. Warte, was gibst du denn? Die Schrottdüse bekommen... Ja, das ist, äh... Wenn du die mal umdrehst... Ich brauch von hinten... Ja, ich brauchste da so... Schrottdüse kriegt von mir 5 von... Nö, 6 von 10. 4 von 10. 2,17 von 5 bei... 2,7 1. 2,7 1 von 5 bei... 21 Votes. 4,5 Voten. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar in Criss-Crossy-Mode. Ja. Was gibst du denn? In Criss-Crossy. 8 von 10. 8 von 10. Ich finde den nicht so prickelnd. Ich krieg von mir 6 von 10. 4,06 von 5 bei 16 Votes. Hm. So, und jetzt haben wir einen neuen. Willst du dir den noch gleich holen? Hast du jetzt meine V-Bucks? Jetzt haben wir den noch 3 Accounts, ne? Den Schattenboxer. 10 von 10. Ich finde den... Lassen mal... Lassen mal hier... Du musst dem auch 10 von 10 geben. Du hast den dir gekauft und es ist ein 200 V-Bucks. Für 200 V-Bucks ist das geil. Definitiv. Ja, der Schattenboxer. Kriegt von mir auch 10 von 10. Nice. Okay. Ich hatte noch gar keine Bewertung. Noch keine Bewertung. Ja, warte schon. Halt, 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 halt. Ich will mal gucken beim Schattenboxer jetzt wieder, wie sieht's aus mit den anderen Skins. Ja, viel Spaß. So. Leute, ich verabschiede mich jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, nein. Okay. Also ihr gleich zeigt euch jetzt alles mit allen möglichen Skins. Wir gucken jetzt noch. Ich kann nicht hier ein bisschen so... So? Ja, 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 ja. Jetzt gucken wir mal Schattenboxer. Wow. Check, check, bam, bam, zack. Und Deckung und tiefer und zack, 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 zack. Deckung, tief und komm, ab. Chab, chab. Und wo ist der Cross? Uppercut? Wo? Wo? Komm, auf. So. Was haben wir denn da noch hier? Oh, ja, komm, da ist der Halle hier mit dem. Komm. Jawohl, komm und. Yeah, Mann. Ja, und. Komm. Deckung und zack, zack, zack. Wegducken. Bam. Was war mit dem Legenden Skin? Geil. Vielleicht. Vielleicht. Der Legenden Skin. Der Legenden Skin. Legenden, genau. Weißt du nicht, wenn ich dich war? Ne, weiß ich jetzt gerade nicht. Er fängt mit, ja, in der deutschen Version mit S und in der englischen Version mit B an. Nächster bestäubt wäre El, Bl, Bla, Black. Ah, der Black Knight. Ja. Mach mal gleich. Mach mal gleich. Mach mal gleich. Mach mal gleich. Ja, natürlich. Ja, Mann. Komm hier. Komm unten. Zack, zack, zack. Bing, bing, bing. Yeah, Mann. Und. Was hast du da eigentlich drin, Alter? Was ist das? Das ist vom Eisneight, der in der Rucksack. Golden Knight. So, und komm, komm, komm. Yeah, chap, chap. Komm. Yeah. Und da setzt er den linken Haken an. Jawohl. Mach mal den Spider Knight, bitte. Mein Main Skin. Mach mal den Spider Knight. Ich weiß nicht, wie es damit aussieht. Wow. Bam. Und eine klassische linke Gerade hier. Der Spider Knight sieht halt schon so krank aus, weißt du? Spider Knight sieht geil aus, ja. Na, bei dem sieht das ein bisschen, sorry, aber, äh, wenn der so da rumstehen würde, äh, Wissen, ich hab' ja gut lachen. Na, ja, ja. Na, natürlich. Was, um, der Getaway? Oder, äh, die gab's ja bis jetzt nur einmal, oder? Ich glaub schon, ja. Oh, die lefbrunen, Skins, stimmt ja auch. Ja, die sind geil. Die lefbrunen, Skins. Ja, und da hier unsere, oh ja, jetzt guck mal wie es bei den Mädchen aussieht. Oh, 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 die sieht, oh die ist ganz schön. Leute, wenn ihr in BeLive neben Herr Gleich sitzen würdet, ihr würdet euch nicht mehr einkriegen. Herr Gleich macht gerade die Bewegung mit und duckt sich, wenn sie schlägt. Skull Trooper! Skull Trooper! Come on! Come on! Hyper! Come on! Yeah! Kannst du mal, Herr Gleich, bitte, tue mir nicht gefallen. Was denn? Wenn wir alle 20 Sekunden lassen, dann kommt er in die 30 Minuten raus. Ja, 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 und komm. Und komm auch noch mal hier mit dem. Oh, man, yeah! Ein Tag! Ein Schiff, wo wie der Boxen geht, alles klar. Hör mal zu, ja, er muss die Piste verteidigen, äh! Oh, was? Oh, 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 oh. ja ja ich wollte voll truff hier hier hat es voll truff hast den jenner großen love ranger ok das sieht ja legendär aus ja hier krass oh mein gott ja ich verstehe so und jetzt mit farbenbomber ja baby komm rein hier alle möglichen leute die jemals nicht mehr gleichgesetzt die denken sich was ist bitte los mit dir die glühwein expert agentin ist ja jetzt mal expert in sekunden da wird der glühwein glühwein stand verteidigt hier ja kommst du ernst ja die glühwein stand wird verteidigt kollege da passt das schatten boxen ganz gut mit ihrem schatten zu gucken der war so schlecht wieso der war ich fand den geiler der war der nicht schlecht der war geil oder in den fall ein waschbälder die punkt ja den hast du jetzt erzählst du glaube ich schon zum dritten mal das sind zwei kurken in einem glas und der andere kann ich auch mal ans fenster nein der ist echt nicht gut leute jetzt hier gucken wir jetzt hier hier guck mal oh mein gott leute pass auf ähm john wick sitzen nein wir gehen denn nochmal wie nennt man ein helles mammut oh gott hellmut so jetzt hier oh der sieht mit den blitzen sieht es richtig krass aus guck mal der steht voll unter strom hier yeah man yeah man das sieht unfassbar schlimm aus das sieht mega geil aus wenn man den skin feiert dann sieht das geil aus nein das sah jetzt echt mega nice aus trotzdem sah das mega nice aus ja come on baby come on so was haben wir noch hier uuuuui das ist ja wohl einer der seltenen hier nein warum denn gab es nur einen tag nein den hat jeder bekommen ja an dem einen tag der an einem einzigen tag drin war ansonsten hat ihn keiner bekommen und damit er jetzt die welt ja so also der ich hab den ich hab den also von von allen anderen skins voran von allen anderen skins habe ich den eigentlich nur an dem einen tag oft gesehen und danach nicht mehr also ja viele haben auch schon aufgehört der ist wirklich selten zu ich finde das aussieht alter guck mal mit moon boots und so eine kasse ich mag bekommt da bekommt die bezeichnung aufgepumpt eine komplett neue bedeutung wie weit bist du schon guck mal da hier mit dem haken guck mal rechte haken linker haken der ist mega geil guck mal ja und er kommt dann mit dem linken haken hier krass guck mal das ist geil der war gut alter der war echt gut ich fand den echt der war echt gut sorry aber der war echt gut doch unsere transgender woman sieht aus wie ein mann ohne scheiß und der wolf hier so genau ja so heißt so heißt so heißt so ein kostüm so ja natürlich der dj und da sieht man eigentlich gar nicht mehr das ist überhaupt nicht mehr aber nur die vor auch schon ein hatten oder nicht für alle doch war ja aber dieses ist in oskins oh das ist bestimmt cool hier mit der wikingerdame sieht schon so brachial aus hier krass naja bei der ich weiß nicht also ja sie ist ja gerade halt im battle pass dann probieren wir so aus ich finde das sei jetzt nicht wirklich gut aus ja sind nicht mehr viele stimmt eine der schlimmsten ja 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 als piraten version ja als piraten ja denn da wird echt nur oft gespielt deswegen kann man den auch mal reinnehmen ja ich weiß spitze so alter wenn der die eine kommt hier bam was mache ich hier gerade ich sitze neben einem typ der kann die ganze zeit sich vor ja nicht mehr weiß nicht mehr so hat das sich folgen zum beispiel um alle ich bin Leuchte haben ja so also leute ich war womit fandst du das am besten jetzt den schattenboxer du fandst mit dem wukong am besten love ranger ok also gehen wir noch mal auf den love ranger und dann zeige ich euch noch mal womit ich ihn am besten fand dreimal darfst du raten eigentlich schon aber ich muss aus einem ganz anderen grund nein den haken ich muss noch mal zum haken zurück ja kommen wir kommen gegen den linken haken und daher ist aber halt ein jab eigentlich aber gut gemacht nix drauf hier also wenn es euch gefallen hat dann lasst mal bitte einen daumen nach oben ein mitleids daumen nach etwas in die kommentare schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet sich mal ein mit der ist fortnight daily shop news mit Huck, Huck, come on Yeah, BAM Yeah Goodbye